Das ist ganz schön thermisch, keine Ahnung, wie man das jetzt machen kann. Das ist der größte Bruder. Ich bin auf Dräder. Das ist ja voll. Das ist schon stark. Das ist ja sehr merkwürdig, jetzt halt mal so ohne. Ich muss ja auch passen. Das ist eigentlich schön passen. Aber ich finde es so geil. Das ist ja voll. Das ist ja voll. Das ist ja voll. Das ist ja voll. So, ich muss mal gucken, wo... Wie hast du aber geknackt? Eieiei! So, ich kann nicht so gut... Ich kann nicht so gut... Ich kann nicht so gut, ich kann nicht so gut... Wie ist dann? Ich stehe jetzt gleich lang. Einfach mal nicht kleben. Das ist so geil. Wir haben einen Fasten stillen Tag. Früher ist der wegen relativ niedrig Basis. Aber geil. Und ich habe mich auch drüber zufrieden. Das ist so schön. Ist das schön. Jetzt habe ich nur noch 630 Minuten. Bei mir ist mein Auto. Da will ich hin. Ja. Jetzt sind schon schwanzig. Ja. 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 Das ist ein schönes Fahrrad, das ist ein schönes Fahrrad, das ist ein schönes Fahrrad. Ja, das wäre jetzt anders geworden. Wir kommen mit Japan. Ja, wir sind hier ganz schön überrannt, hier vorne von der Kante weg. Und die Lämpfe hoch. Und die Lämpfe hoch. Und dann einmal sauf bis zu 7 Meter. Und dann steigst du das Auto dazu. Ja, da kommt jetzt so ein Auto. Okay. 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 rä Verboyen diyorum. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017